Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Im Prinzip bringt es das auch schon auf den Punkt. Also du sagtest eben surrealen Moment. Ich möchte vorweg schicken, dass eigentlich sollte ich gar nicht hier sitzen, sondern in dem Gespräch ging es darum, dass Peter das macht. Und ich bin hier in dieser etwas eigenartigen Rolle über eine Ausstellung zu sprechen, die nicht meine ist, weil ich bin nicht der Kurator. Der Kurator ist Peter Lindbergh. Er hat sich die Ausstellung ausgedacht. Das, was ich aber machen kann, ist über diese Genese, den Werdegang der Ausstellung zu erzählen, ein bisschen sozusagen Blick hinter die Kulissen zu geben und auch zum Kunstpalast und so weiter. Ich bin gebeten worden, eine starke halbe Stunde zu sprechen, beziehungsweise auch eine Dreiviertelstunde. Anschließend gibt es Fragen. Ich glaube, in der Ankündigung stand, man dürfte mich alles fragen, was irgendwie sowas. Das ist sicherlich der Fall. Ich kann aber nicht versprechen, dass ich auf alles antworte. Also das muss man dann sehen. Vielleicht noch ein Hinweis zu meiner Person. Was du nicht erwähnt hast, ist, dass mein Vater war Fotograf. Und bevor ich mich eigentlich für Kunst interessiert habe, habe ich mich für Fotografie interessiert. Also ich bin, wie viele Kunsthistoriker, ich weiß nicht, wie viele Kunsthistoriker hier sind, aber fremdeln so ein bisschen mit der Fotografie. Und da führt man, da komme ich bestimmt auch noch drauf, zu sprechen, da führt man mitunter Diskussionen, ob das jetzt Kunst ist oder nicht, oder angewandte Kunst oder solche Geschichten, die mich nie interessiert haben. Weil für mich war erst die Fotografie da und dann kam der Rest. Einfach weil zu Hause am Küchentisch es immer wieder um Fotografie ging. Und ich bin Jahrgang 71 und das bedeutet gerade 80er Jahre dann sozialisiert, 90er Jahre. Und da war Peter Lindbergh immer da, war ganz präsent. Und ich erinnere mich auch an eine Ausstellung, die er damals in Hamburg gemacht hat, im Museum von Kunst und Gewerbe. Das war so eine der ersten Ausstellungen, an die ich mich so wirklich erinnere. Und das Nette war, als wir darüber sprachen, er erinnerte sich nicht. Und damit meine ich nicht an mich, das war sowieso klar. Aber die Ausstellung war einfach ein Weilchen her. Auch wenn es hier so aussieht, ich bin nicht Direktor eines Schwimmbads. Das ist der Kunstpalast im Ehrenhof. Eines der potenziell schönsten Orte dieser Stadt. Für die, die es, vielleicht haben sie es mitbekommen, aber wir sind gerade dabei, ein Bauprojekt zu initiieren. Mit einem Café hinten im Durchgang-Restaurant, wo uns die Stadt 30 Millionen oder 29.4 zugesagt hat. Und wo wir hoffen, dass wir sozusagen den Kunstpalast noch strahlender machen. Für diejenigen, ich habe mir sagen lassen, es gäbe tatsächlich Düsseldorfer, die noch nie im Kunstpalast waren. Und es ist auch nicht so, dass jeder Taxifahrer sofort immer weiß, ich bin auch schon zur Kunstsammlung gebracht worden. Die Sammlung, und das ist ganz einer der Gründe, warum ich im Herbst 2017, im Oktober, nach Düsseldorf gekommen bin, ist wirklich die Sammlung und die Vielfalt dieser Sammlung. Wir haben da einen großen, großen, denke ich, Vorteil. Manche sagen etwas gehässig, wir werden gemischt Warenladen. Das stimmt sozusagen vom Angebot, weil wir alles haben. Mein Vorgänger sagte immer, er könnte Ausstellungen über Rasierapparate machen. Das stimmt, planen wir momentan aber gerade nicht. Was hinzugekommen ist, in meiner Zeit ist die Fotografie nicht ganz zufällig. Wir haben letzten Herbst einen sehr umfangreichen Ankauf einer Fotosammlung, über 3000 Fotos erwerben können. Und diesen Schwerpunkt tatsächlich auch auf die Fotografie zu setzen, in der Konsequenz ist neu. Und in dem Zusammenhang passt natürlich dann auch eine Peter Lindbergh-Ausstellung. Um die Breite der Ausstellung einfach auch zu zeigen, hier sozusagen der Rückblick der größten Projekte, die wir letztes Jahr gemacht haben. Und da ist die Ausstellung unfassbar nah, die auf der linken Seite zu sehen ist. Es ist eben auch eine Fotoausstellung gewesen. Aber über Kriegsfotografinnen, also wirklich eine komplett andere Fotografie zu Peters Arbeiten. Aber es geht wirklich auch darum, uns darum, dieses ganze Spektrum zu zeigen. Wir hatten jetzt gerade die Kader-Ausstellung, eben eine Modeausstellung. In der Modestadt Düsseldorf macht das, glaube ich, schon auch Sinn. Ich mache jetzt keine Werbung für die nächsten Ausstellungen. Genau, dazu schweige ich jetzt einfach. Auch wenn meine Marketingabteilung wahrscheinlich dann sagt, wie konnte ich. Es ist nicht so, dass es keine Ausstellung von Peter Lindbergh gegeben hat. Auch nicht in der letzten Zeit gab es 2017 sogar im NRW-Forum, also auch im Ehrenhof in unmittelbarer Nachbarschaft, die Ausstellung Peter Lindbergh und Gary Winogrand. Und die fokussierte sich auf Straßenfotografie. Und die beiden wurden gemeinsam gezeigt. Es gab eine weitere, deutlich größere Ausstellung vom Fashion to Reality, Peter Lindbergh, die in der Kunsthalle München 2017 zu sehen war. Also insofern, und das sind nur zwei von vielen, vielen weiteren Lindbergh-Ausstellungen, die es gab. Insofern, als ich an ihn herangetreten bin, direkt nachdem ich angefangen habe, also Oktober 2017, habe ich gestartet. Wir haben noch mal geguckt heute, wann eigentlich der erste Kontakt zu Peter Lindbergh stattfand, das erste Telefonat. Und das war, ich glaube, keine vier Wochen, nachdem ich angefangen hatte, wo ich ihn angerufen habe und gefragt, ob er sich vorstellen könnte, für uns etwas zu machen. Das Besondere der Anfrage war, und das geht ja hier ein bisschen schnell, aber das Besondere war, also er ist dann wirklich, ich glaube, zwei Wochen später, ist er mit seinem Sohn gemeinsam nach Düsseldorf gekommen. Also er sagte sofort, ja, er wäre da interessiert, wir sollten, könnten was gemeinsam machen. Und ich habe dann in einem ersten Gespräch, bin ich auf ihn zugegangen und habe diesen, ja, sozusagen so ein bisschen alles auf eine Karte gesetzt, weil ich dachte, entweder das wird ein richtig gutes Verhältnis oder er reist ab. Weil ich ihn gefragt habe, ob es sein könnte, dass er sich nicht für Mode interessiert. Und seine spontane Reaktion war, endlich sagt das mal jemand. Weil wenn man sich die Fotos anschaut, stellt man fest, dafür muss man aber wirklich kein Kunsthistoriker sein, dass Peter sich einfach für Menschen interessiert, auch für Modefotografie, aber weniger für Klamotten. Und Peter hat auch immer wieder auch berichtet, dass er ein Vierteljahrhundert, also 25 Jahre, überhaupt keine Modenschauen sich angeschaut hat. Also er hat sich da aus diesem Business auch ganz bewusst sozusagen, ja, auch ferngehalten, komme ich sicherlich auch gleich noch drauf. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er sich vorstellen könnte, dass wir eine Retrospektive machen. Und Peters Antwort war, für eine Retrospektive, so alt bin ich noch nicht. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, einen Best-of. Und dann meinte er, ja, das machen wir. Ich habe nicht so ganz verstanden, wo der Unterschied ist zwischen Retrospektive und Best-of. Aber wir waren alle glücklich. Und dann habe ich gesagt, ja, ich fände es interessant. Und gerade das mit Retrospektive war mir wichtig, oder Best-of, weil ich sagte, es gab ganz viele Peter Lindbergh-Ausstellungen. Die haben aber immer sozusagen ein bestimmtes, also entweder Straßenfotografie oder Modefotografie oder rauchende Frauen. Also es gab immer so ein bestimmtes Segment, was gezeigt wurde. Und was mich interessiert hat, ist wirklich ein Überblick über sein gesamtes Schaffen. Und ich habe ihn dann eben auch gefragt, ob er sich vorstellen könnte, weil er das noch nie gemacht hatte, diese Ausstellung zu kuratieren. Und da sagte er so spontan, ja, können wir machen. Sagte dann aber auch, ah, dann suche ich mir jemanden, mit dem ich das mache. Also es war so. Und das Interessante, also der ihm hilft. Und das Interessante war dann schon in dem zweiten Treffen, war von dieser Person nie wieder die Rede, Sondern Peter hatte wirklich sozusagen das zu seinem, also sehr schnell zu seinem Projekt gemacht. Und er sagt auch, also wir haben ein Gespräch geführt, was dann auch im Katalog sein wird, wo er sagt, das war wortwörtlich, diese Vorbereitung dieser Ausstellung ging für ihn um Leben und Tod. Das ist sozusagen die erste Antwort, die er auf meine Frage gibt. Und das verdeutlicht, wie ernst er diese Sache, also wie schnell dieses Projekt für ihn wirklich zu so einem absoluten Herzensprojekt wurde, wo wir uns am Anfang, haben wir darüber immer gelacht. Also mit der Geschichte jetzt kriegt das natürlich so eine Dramatik und diese Ausstellung ist sicherlich sowas wie auch ein Vermächtnis. Die vorbereitenden Treffen, also das ist sozusagen ein Blick in die Küche, das ist mein Büro. Und wo man einfach sieht, und da musste ich mich selber auch einfach mal manchmal kneifen, das ist schon toll. Das ist ein wahnsinniges Privileg eines solchen Jobs, den ich habe, dass man da mit einem Peter Lindbergh in seinem Büro steht und diese ganzen Fotos da auf dem Boden, mein Büro ist nicht klein, aber nicht groß genug für die Auswahl. Ich glaube, es waren irgendwie 250 Fotos, die wir da am Boden verteilt haben und wo wir dann versucht haben, wirklich das so zu reduzieren, weil wir immer gesagt haben, von Kunstpalastseite mehr als 120 Fotos kann das Publikum eigentlich nicht wirklich in Ruhe betrachten. Aber gerade bei so einem Oeuvre, was natürlich zigtausende Fotos, das so zu reduzieren und selber als Fotograf, also als derjenige, der dafür verantwortlich ist, zu machen, ist natürlich eine sauschwere Geschichte. Das ist einfacher, wenn es ein Kurator, also ein externer Kurator einfach sagt, ja, das geht, das nicht, das ist. Und so eine Ausstellung zu organisieren, macht aus unterschiedlichsten Gründen Doppelsinn, wenn man so ein, das macht ja einfach wahnsinnig viel Arbeit und dass man so eine Ausstellung weitergeben kann. Und die Ersten, die dazu gestimmt haben, war das Museum für Kunst und Gewerbe, da wo ich meine erste Peter Lindbergh-Ausstellung als Teenager gesehen habe. Und da sind wir eben auch gemeinsam hin. Das rechts ist die Direktorin, Tulga Beierler. Und auch Peter ist dann mitgekommen, also weil er sich das anschauen wollte, wie sieht das vor Ort aus, wie richten wir das dort ein. Und so sah das dann im Studio von Peter aus, da auch schon deutlich ordentlicher die ganzen Fotos auf dem Boden verteilt. Aber auch hier waren wir, glaube ich, zumindest noch nicht bei den 120, wobei am Schluss sind es 140 geworden. Aber diese Grundidee, also diesen Grundansatz hatten wir. Also wir machen eine Best-of. Peter ist der Kurator. Und das ist, und wir haben uns eben auch den Raum angeschaut, das ist unser großer Saal, der sogenannte Saal 2, der in der Mitte eine Deckenhöhe hat von über 12 Metern, an den Rändern 8,50 Meter. Und bevor man so eine Ausstellung anfängt, ist das eigentlich, ist erstmal ja dann nur ein leerer Saal. Und gemeinsam haben wir uns dann eine Ausstellungsarchitektur gemacht. Das ist sozusagen der Grundriss. Also ich gebe euch jetzt hier wirklich so ein Blick in die Küche. Und das ist das Modell, was dann von Peters Assistent gebaut wurde. Und Peter hatte auch ein Reisemodell, von dem haben wir leider kein Foto. Aber wenn Peter, der ständig unterwegs war, verreist ist, hat er in seinem Koffer ein kleines Modell dieser Ausstellung mit kleinen Magnetbildchen, wo er dann im Hotelzimmer und die Fotos immer hin und her schieben konnte. Und das, also ich wünschte, alle Kuratoren wären so engagiert. Peter hat dann auch für diese Ausstellung Skizzen angefertigt. Das heißt, wir wissen wirklich ganz genau, wo welches Bild hinkommt. Also diese Skizzen zeigen, also wenn man das im Detail, kann man das jetzt hier vielleicht nicht sehen, aber zeigen wirklich die genaue Anordnung der Fotos auf der Wand. Und das ist dann nochmal sozusagen aus der Perspektive, genau wie man vom Eingang her gesehen, ich komme da gleich noch drauf. So, das erste Kapitel trägt den Titel Manifest und da arbeitet er mit Tapeten und wo die Fotos, wo Fotos von ihm ja groß aufgezogen und direkt auf die Wand aufgebracht werden. Ihm ging es dabei darum, dass man, wenn man rein in den Raum kommt, im Prinzip sofort überwältigt wird. Man steht in seinem Werk. Also man hat diese, man ist umgeben und das ist sowohl, das kann man hier, glaube ich, auch sehen, dass es ist sozusagen an allen vier Wänden sind diese Fotos zu sehen und man steht dann im Werk. Und diese Auswahl auch und wo was platziert wird, welche Kombination, das ist, damit hat Peter sich eben wirklich Monate beschäftigt, wenn nicht gar Jahre, weil die Vorbereitung der Ausstellung, ich sage das ja, ab, es ging eigentlich im November, Dezember 2017 los, also volle zwei Jahre. diese Kombination waren ihm vor allem auch wichtig, weil er da, er sagte, er interpretiert natürlich als Fotograf dann sein eigenes Werk und kommentiert. Das und interessant ist bei der Auswahl, dass ganz viele der Werke, die zu sehen sein werden, gar nicht so die klassischen, immer wieder reproduzierten und tausendmal gezeigten Werke sind, sondern es ist wirklich eine sehr, sehr persönliche Auswahl, auch eine überraschende Auswahl und viele der Aufnahmen, die zu sehen sind, haben auch mit dem klassischen Modekontext gar nichts zu tun, wie man hier das auch sieht. Das ist sozusagen der Ablauf der Wende. Gut, ich meine, natürlich sind auch etliche Prominente dabei, also wie Naomi Campbell, erkenne sogar ich. Vielen Dank.